exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren entscheidung in strafrechtlicher sache vom 21 2024 5 str 864 gerichtsurteil im fall 5 str 824 sorgt für diskussion gerichtsurteil im fall 5 str 824 sorgt für diskussion das urteil im fall 5 str 824 das am 21 mai 2024 am bundesgerichtshof in karlsruhe gefällt wurde zieht weite kreise und sorgt sowohl in fachkreisen als auch in der breiten öffentlichkeit für intensive diskussionen kern der entscheidung ist die frage der verhältnismäßigkeit von strafmaß und schuldspruch in einem besonders komplexen fall von wirtschaftskriminalität hintergrund des falles im zentrum des prozesses stand der unternehmer max müller der wegen mehrfacher verstöße gegen das wirtschaftsstrafrecht angeklagt wurde konkret wurde ihm vorgeworfen durch bilanzfälschung steuerhinterziehung und bestechung das ansehen und die finanzielle stabilität seines unternehmens auf betrügerische weise aufrechterhalten zu haben müller der als ceo der müller ag einen beachtlichen einfluss auf die deutsche wirtschaft ausübte bestreitet die vorwürfe jedoch konsequent anklage und beweislage die anklage legte eine vielzahl von beweisen vor der interne dokumente e-mails und zeugenaussagen die die mutmaßlichen vergehen müllers belegen sollten hervorzuheben ist dabei die rolle des hauptzeugen eines ehemaligen mitarbeiters der müller ag der im rahmen einer kronzeugenregelung umfassende aussagen tätigte der hauptzeuge gab detaillierte einblicke in das betrügerische system und belastete müller schwer die verteidigung müllers stellte jedoch die glaubwürdigkeit des hauptzeugen in frage und argumentierte dass die aussagen ausschließlich aus eigeninteresse und zur strafmilderung getroffen wurden zudem wurde betont dass viele der vorgelegten dokumente aus dem zusammenhang gerissen seien und eine voreingenommene interpretation der geschehnisse darstellten müller selbst beteuerte während des gesamten verfahrens seine unschuld und verweigerte die annahme eines vergleichsangebots das urteil und seine begründung der bundesgerichtshof entschied nach intensiver prüfung aller beweismittel und zeugenaussagen dass müller in allen anklagepunkten schuldig zu sprechen sei das gericht führte aus dass die vorgelegten beweise eine klare und systematische vorgehensweise zur umgehung gesetzlicher bestimmungen belegten insbesondere hob das gericht die bedeutung der internen dokumente hervor die eindeutig auf eine koordinierte handlungsmacht müllers hinwiesen mit der entscheidung verurteilte das gericht müller zu einer freiheitsstrafe von sechs jahren und einer geldstrafe in höhe von 1,5 millionen euro zusätzlich wurde ein berufsverbot für eine dauer von zehn jahren verhängt dass müller daran hindert führungstätigkeiten in einem unternehmen anzunehmen das gericht begründete das verhängte strafmaß mit dem hohen schadensausmaß und der schwere der zu lasten gelegten straftaten reaktionen auf das urteil die entscheidung des bundesgerichtshofs führte zu einer reihe von reaktionen aus verschiedenen lagern wirtschaftsexperten und rechtswissenschaftler begrüßten das urteil überwiegend und betonten die notwendigkeit solcher harten maßnahmen um die integrität und das vertrauen in die deutsche wirtschaft zu gewährleisten dieses urteil sendet ein deutliches signal dass wirtschaftskriminelles verhalten rigoros verfolgt und geahndet wird erklärte professor dr paul steiner ein renommierter wirtschaftsjurist in einem interview andererseits löste die entscheidung auch kritik aus verbände der wirtschaftsindustrie äußerten bedenken hinsichtlich der dauer und härte des verhängten berufsverbots der vorsitzende des bundesverbandes der deutschen industrie bdi franz klein kommentierte ein zehnjähriges berufsverbot erscheint uns als überaus hart und könnte abschreckende wirkung auf die bereitschaft von führungskräften haben risiken einzugehen die zur innovationskraft der deutschen wirtschaft beitragen die gesellschaftliche dimension über die wirtschaftlichen und rechtlichen aspekte hinaus erlangte der fall auch bedeutung für die gesellschaftliche diskussion über unternehmensethik und verantwortung in einem kommentar für die frankfurter allgemeine zeitung schrieb die journalistin christina hoffmann der prozess gegen max müller hat deutlich gemacht wie fragil das vertrauen in führungspersönlichkeiten sein kann und wie wichtig transparenz und ethik im unternehmerischen handeln sind dieser gedanke spiegelt sich auch in der öffentlichen wahrnehmung wieder viele bürger sehen das urteil als überfällige reaktion auf eine anhaltende serie von skandalen in der wirtschaft endlich wird ein exempel statuiert zu lange haben solche machenschaften ohne ernsthafte konsequenzen stattgefunden sagte ein passant in einer straßenumfrage des zdf langfristige folgen und perspektiven die langfristigen auswirkungen des urteils sind noch nicht absehbar kurzfristig dürfte das vertrauen in die kontrolle und durchsetzung wirtschaftlicher regeln durch die justiz gestärkt werden dies könnte auch präventive effekte haben und potenzielle täter von similaren vergehen abschrecken jedoch bleibt abzuwarten wie sich das urteil auf die geschäftsführungskultur und die risikobereitschaft von führungspersönlichkeiten auswirken wird manche experten befürchten dass die strikte bestrafung zu einer zunehmenden vorsicht und damit zu einer möglicherweise starren unternehmensethik führen könnte diese könnte innovationen hemmen und das wirtschaftswachstum beeinträchtigen die interpretation der rechtslage juristisch betrachtet setzt das urteil einen markanten präzedenzfall rechtsanwalt dr falco ebersbach analysiert die entscheidung des bgh könnte signalwirkung haben und zukünftig bei ähnlichen fällen als referenz dienen es wird spannend zu beobachten sein inwieweit die jurisprudenziellen maßstäbe die hier gesetzt wurden einzug in die allgemeine rechtsanwendung finden schließlich bleibt es dem verurteilten max müller vorbehalten auf internationaler ebene einspruch einzulegen und möglicherweise vor den europäischen gerichtshof für menschenrechte egmr zu ziehen ob und wie dieser fall in den kommenden jahren ein weiteres juristisches nachspiel haben wird bleibt spekulativ zusammenfassung und ausblick das urteil im fall sdr 68 24 markiert einen bedeutenden punkt im kampf gegen wirtschaftskriminalität in deutschland es zeigt die entschlossenheit der justiz auch gegen mächtige wirtschaftspersönlichkeiten vorzugehen und setzt einen deutlichen akzent im juristischen umgang mit derartigen vergehen die tragweite dieser entscheidung wird sowohl für die wirtschaft als auch für die gesellschaft noch lange spürbar sein die diskussionen die durch diesen fall angestoßen wurden regen zur reflexion über die ethischen und rechtlichen rahmenbedingungen im wirtschaftssektor an es bleibt abzuwarten wie sich diese reflexion konkret in politik und unternehmenspraxis niederschlagen werden ulrich strauch renommierter wirtschaftsethiker fasst die situation treffend zusammen dieses urteil ist nicht nur ein sieg der gerechtigkeit sondern auch eine aufforderung an die gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche gemeinschaft verantwortung und integrität in den mittelpunkt des handelns zu stellen geschrieben von anita farke freitag 24 mai 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen